Ein Herzinfarkt ist eine lebensbedrohliche Situation, bei der jede Minute zählt. Laut dem Deutschen Herzbericht starben 2022 über 46.000 Menschen daran. Frühe Erkennung der Symptome kann Leben retten. Typische Symptome eines Herzinfarkts bei. Männern sind Brustschmerzen, die länger als fünf Minuten anhalten und in Arme, Hals oder Kiefer ausstrahlen. Weitere Anzeichen sind Atemnot, kalter Schweiß, blasse Haut und Übelkeit. Frauen zeigen oft unspezifische Symptome, die leicht übersehen werden. Dazu gehören Rückenschmerzen, Kurzatmigkeit, Übelkeit, Oberbauchschmerzen und unerklärliche Müdigkeit. Auch ein enge Gefühl in der Brust kann auftreten. Ein stiller Herzinfarkt tritt häufig bei Diabetikern oder älteren Menschen auf. Aufgrund geschädigter Nerven durch Diabetes werden Schmerzen oft nicht wahrgenommen. Dies kann zu einer gefährlichen Sauerstoffunterversorgung führen. Neben den bekannten Symptomen gibt es auch ungewöhnliche Warnzeichen. Blaue Verfärbungen der Haut oder gewölbte Fingernägel können auf einen Herzinfarkt hinweisen. Auch Erektile Dysfunktion kann ein Frühwarnzeichen für Herzprobleme sein. Bei einem Herzinfarkt sollten Sie immer einen Mediziner oder den Rettungsdienst um Hilfe bitten.